Servus Leute, hier ist wieder der N218 mit Danema und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde mal wieder meine Taste beantworten. Das 16. Telonym-Video. So auf jeden Fall, let's go. PUBG oder Call of Duty? Weder das eine noch das andere, denn ich bin kein Fan von Ballerspielen. Ne, es hat wirklich so, dass ich nicht so Mainz-Ballerspiele. Die nächste Frage ist die Antwort von meiner Antwort und ist so ausgedrückt, von was bin ich Fan? Also von was für Spiele bin ich Fan? Ja, GTA 5 oder beziehungsweise GTA. Das heißt also auch generell die GTA-Reihen. Die Need for Speed-Reihe. Und Roblox. Außer Roblox hat mal wieder ein richtig beschissenes Update eingeführt, das mich einschränken tut. So wie es ja letzt, die ganze Zeit der Fall war. Wie auch in meinem letzten Video, wo ich ja gesagt habe, das könnte das Ende für Millionen sein. Da ging es auch um Roblox. Ja, das Ende von Millionen. Für Millionen Roblox-Spieler ist es halt das Ende. Wahrscheinlich auch für mich eben. Weil ich damit nicht mehr bauen kann. Und dann ist es halt auch noch so ein kleines Kinderspiel. Okay. Mit wem teilst du deine Location? Ha, mit der NSA. Ey, natürlich mit der NSA, das machen wir doch alle, die wissen, wo du bist. Fakt. Findest du es besser, wenn man statt einem Kind mehrere bekommt? Wieso? Ich meine, das kann man meiner Meinung nach machen, wie man möchte. Also, ich bin nicht so einer, der irgendwie eine, ein Kindspolitik oder sowas mag. Nee. Warum? Marjel, du hast jetzt ein Kind. Das Kind stirbt, kannst du auch kein neues mehr bekommen. Okay, das klingt vielleicht auch krass oder so. Aber, oder vielleicht ist, vielleicht gibt es auch jemand, der vielleicht zwei Kinder haben möchte. Oder vielleicht auch mehrere. Nur mal so. Kann ja vielleicht sein, dass vielleicht jemand, äh, einen Sohn und eine Tochter möchte. Natürlich kann man das nicht, äh, vorhersehen, aber wer weiß, ne. Lügst du oft? Ja, ich lüge halt eigentlich nur, wenn es wirklich sein muss. Also, ich lüge zum Beispiel, wenn, äh, wenn die Wahrheit mich selber in Gefahr bringen würde. In bestimmten Gefahren. Ja. Oder, was, oder sonst was. Naja. Hast du mal so getan, als wärst du älter, als du bist und in welcher Situation? Nein, hab ich nicht. Nee. Wofür bist du dankbar? Keine Ahnung. Was würdest du immer wieder tun? Schlafen gehen. Jeden Abend. Und dann aufstehen. Was bestellst du, wenn du bei McDonald's essen gehst? Also erstmal muss ich sagen, komplett bescheuerte Frage an sich. Wieso, 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 wieso denkst du, dass ich zu McDonald's gehe? Nee, das tue ich nämlich überhaupt nicht. Deutsche Frage einfach. Ja, es ist halt irgendwie so, weil, es ist halt typisch deutsch. Gehst du zu McDonald's als halt Burger King. Ja, aber ich, aber ich gehe nicht zu McDonald's. Was? Was erwarten die von mir? Ja, naja, okay. Nächste Frage und letzte Frage. Was war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast? Was die beste Entscheidung war, die ich je getroffen habe? Eigentlich keine. Weil bisher war es irgendwie so, dass fast jede Entscheidung, die ich gemacht habe, eigentlich richtig beschissen war. Jede meiner Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, war eigentlich Robert Scheiße. Ja. Wenn ich könnte, würde ich einige Entscheidungen rückgängig machen. Aber man kann halt die Vergangenheit nicht ändern. Ansonsten nicht so gesagt, ich hätte so viele Entscheidungen einfach rückgängig gemacht. Wenn ich gewusst hätte, weil, eigentlich ist es so, ich gehe irgendwie immer Fehler ein. Es kann natürlich sein, okay. Da ich aber, ja weiß, dass ich, dass ich Fehler eingehe, kann ich da daraus lernen. Nein. Weil ich dann erst recht Fehler mache, weil ich daraus erst recht Fehler mache. Um zu versuchen, dass ich eben keine Fehler mehr mache, mache ich erst recht Fehler. Zum Beispiel. Soziale Kontakte. Nehme ich mal als perfekte Beispiel soziale Kontakte. Früher habe ich immer die Fehlentscheidung gemacht und bin auf jede Person eingegangen auf Kontakt. Mittlerweile ist es so, dass ich das eben nicht mehr mache. Ich habe solche Kontakte beendet. Fehlentscheidung. Darauf habe ich mich erst recht hin isoliert. Also für schon eine Fehlentscheidung. Aber meine größte Fehlentscheidung bisher war es, ehrlich gesagt, hier mit YouTube. Bin ich ganz offen, das war bisher meine größte Fehlentscheidung. Und jeder einzelne Schritt, den ich auf YouTube gemacht habe, war mein Fehler. Egal was. Es gab einfach immer nur immer mehr Fehler. Das ist mir aufgefallen. Ich meine, guck mal, wie scheiße mein Kanal läuft. Alles Fehlentscheidungen. Kaput gegangen durch Fehlentscheidungen. Aber nach all den Jahren aufhören, geht nicht. Nee, ich arbeite seit Jahren hart an diesem blöden Kanal. Das aufzuhören. Das ist wie, wenn man jetzt in Barcelona sagen würde, wir kriegen diese Kirche. Ihr wisst ja, diese weltberühmte Kirche, diese Sagrada Familia. Das wäre, wie wenn man sagen würde, wir kriegen diese Sagrada Familia einfach nicht fertig. Seit so vielen Hunderten von Jahren. Lass sie einfach abreißen. Genau so, sowas wäre das halt. Für mich halt. Weil ich seit so vielen Jahren einfach so hart in diesem Kanal gearbeitet habe. Das hat mich so, teils manchmal psychisch fertig gemacht und so. Da ist es doch dann logisch, dass ich den Kanal nicht überhaupt beenden möchte. Weil dann war diese ganze harte Arbeit erst recht umsonst. Auch wenn der Kanal scheiße läuft. Naja. Vielleicht ändert es sich irgendwann. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich irgendwann tatsächlich den Kanal beenden. Aber das steht erstmal nicht zur Debatte. Nee, ich habe erstmal, ich habe zahlreiche Videos vor und so. Und auf jeden Fall, das war es hier dann mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn ich meine anderen Videos davon abonniere diesen Kanal. Abonniere diesen Kanal. Und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Wenn ihr mich... Dadurch unterstützt ihr mich. Indem ihr mir ein Abo gebt, unterstützt ihr mich. Weil dadurch könnte auch mein Kanal eben größer werden und so. Und dadurch kann ich mir auch vielleicht auch irgendwann dann den Kanal monetarisieren. Bessere Ausrüstung leisten und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge. Vielleicht kann ich mir auch dann irgendwann Mitarbeiter leisten, die dann zum Beispiel cutten und so. Also das heißt, dann ist meine ganze Qualität deutlich besser. Weil ich mir auch dann mehr Technik leisten kann. Durch bestimmte Dinge kann ich mir auch dann vielleicht auch daran noch mehr Content bringen. Richtig geiler Content. Was ja derzeit leider nicht geht, wegen dem Mangel der Technologie und Mangel der Erfahrungen an Technologie. Und auch an Mangel der Mitarbeiter. Nämlich null. So, auf jeden Fall. Tschüss.